Hallo Freunde von World of Warships, alle die den Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, kennen die Reihe, die ich am wenigsten gerne fahre, nämlich die deutschen Zerstörer. Und das ist ein deutsches Zerstörer-Video. Stuck und ohne guten Kapitän. Wie? Also da liegen zumindest zwischen B und C. Oder bist du zu A? Wir können auch zu A fahren, kein Problem. Ich würde zu A fahren, aber ich bin Stuck unterwegs und habe einen scheiß Kapitän, deswegen kann ich mich hier in der Insel verstecken. Dann würde mich die Tio rausnehmen, aber ist nicht schlimm. Nein, nein, ich würde auch wegen dir zu A fahren, weil die Missouri ist da. Missouri fährt gerade aus, sie fährt nicht hin. Weiß du was, wir fahren der Missouri nach. Nein, nein, alles gut, lass uns zu A fahren, kein Problem. Nein, nein, da fährt niemand zu A. Schau, da fahren wir auch nicht zu A. Nein, das ist egal, lass mich alleine zu A fahren, bleib du bei der Missouri, wenn ich sehe, dass... Nein, 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 kein Scheiß, schau mal, weil mich wird die Tio weniger angreifen und sonst hau ich einfach ab. Deswegen schau du das bei Missouri und bei Neptun bleibst, ich schau nur mal rüber und komm dann zurück, okay? No. Dann fahre ich gar nicht rüber, also... Voll die stundenlange Erklärung, no. Ja, bleib doch da, schau, du bist tot, wenn du mitkommst, dich entkommen. Ja, ich bin sowieso tot. Na gut, okay. Ja, ist okay. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht haben wir Glück und niemand fährt A. Und wenn doch, dann drehe ich einfach um. Bin schon offen. Ja, siehst du. Fletcher ist da. Kann nur noch Z46 oder Kagerunden sein. Bitte lass die Z in B drin sein. Hallo, Linse. Hallo, Linse. Herr Linse, willkommen, Linse. Du siehst, er kuschelt dich an die Missouri und du wirst deines Lebens wieder froh. Oh ja, oh, geht mal schon so schlull. Ja, komm, zwei Visumis auf dich zu, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Komm schon, Tirpitz-Steuerung, komm schon. Lass mich nicht im Stich. Kann sowohl als auch sein. Du kannst Arschloch wieder aufs Freund sein. Okay, da ist schon was, dann verpüßt ich mich ja. Ey, Arschloch. Naja, verpüßt ich mich. Aber wir haben schon die Idee verloren, weißt du? Ja. Ich weiß jetzt nicht. Kann man dich noch verlieren? Ich glaube, manche Leute spielen ohne Karte. Man sieht jetzt klar, da unten auf A fahren, fünf Schiffe plus RDD in A sind sechs Schiffe. Das bedeutet, auf der gesamten reislichen Karte sind nur weitere sechs Schiffe. Richtig. Richtig, richtig. Das bedeutet, ich zoome um Missouri, Charles Martell, da oben in die Z46, könnten die drei Schiffe einfach rausbashen. Seitdem aber... Träger kriegst du dir? Ja, ja, der Flugzeugträger. Versuch mich zu suchen. Oh Gott, die Hippern hinten sind so langsam. Oder? Was ist das? Ja, könnte. Das ist irgendwie so langsam aus. Na verdammt. Kein Kommentar. Oder ich werde jetzt nach B reinfahren. Hier habe ich übrigens nächstlich glaube ich die Z. Das ist gut. Ich glaube, dass er hinten wird auch sterben. Ja. Verstehe nicht, was der Flugzeugträger hier... Ich? Ja, mich kann ich verstehen. Ja schon, aber warum fährt er extra wegen mir hier hin? Weiß ich nicht. Das ist ja nicht so, als könnte er noch was schießen, weißt du? Das wäre komplett sinnlos, weil nichts kann auf den Schießen. Ich kann ein bisschen Schaden machen, ja. Ich kann ein bisschen Schaden machen, ja. Und dann noch mal der Kugel. Ich kann ein bisschen schießen, aber ich... Nein, 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 meine Streuung nicht schießen. Ich weiß, dass ich mal runter kann. Und dann habe ich Scheiße geschossen. Und dann habe ich Scheiße geschossen. Aber ich schreie uns auch nicht so, weil ich... schön. Vielleicht sollte ich auch das Ziel anwählen. Vielleicht hilft das beim Treffen. Das ist doch scheiße. Das ist nicht so scheiße. Das Ziel nicht angewählt, Alter, dann kannst du sehen. Hallo Roon. Ach die Kagerou. Kagerou. Und der Träger ist natürlich hier. Super. Ja, das ist frech reingefahren. Während der Rest des Teams haben immer noch gegen Lion und Fletcher gekämpft. So viel gemacht zu machen. Darf ich es abzulösen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe kein einziges Flugzeug abgeschossen. Ach wirklich. So ist es ja. Really. Vielleicht ein bisschen Schaden schlucken müssen. Ich kriege die Kurve jetzt noch. Ja, bitte jetzt schießen, Kurve. Okay. Dann werde ich mich verpieseln. Tschüss, wenn du kannst. Du bist zu heiß hier. Ich bin in einem anderen Winkel neben mir. Dankeschön, Zech. Ich schulde Ihnen was. Begegnung. Ich bin in einem anderen Winkel neben mir. Ah, jetzt wird es Missouri-Geradart hier, hm? Mhm. Ja, aber auch nicht brennt, nein, das ist lieber. Jetzt brennt sie noch nicht. Aber Feuer auf die anderen verlegen. Die schießen alle auf mich, ah ok. Ja, ich will. Ich auch. Es wird etwas länger. Wir machen meine Torpedos auf. Bitte lass die Torpedos nicht ausgehen. Ja, die brennt ab, ne? Die ist sowieso. Damit ich mir gerade auch sparen kann. Oh, nice. Wird auch weh tun können. Weil die Missouri wird mir ja weh tun. Die ist ein kleines bisschen zu weit reingefahren, die Missouri, die kommt ja nicht lebensaus. Ja, das ist mehr schön, als ich mir mit einer Stock-Z erhofft habe. Man kann sagen, was man will, aber die Türpels ist echt wendig. Ja, das ist so ein Worte-Shit. Und da kriegst du Kurvenhalter, die kriegst du mit den meisten Kreuzern nicht hin, ne? Haha. Es kommt ja nur so vor, weil sie so extrem schnittig ist. Eine geile Schnitte ist. Musst ich machen, dass sie bis hier nach rechts abdreht. Also von sich aus rechts schreift, vielleicht. Ich würde so gleich reindringen, nach rechts. Und auch die Stirn nach links. Er hat noch einen Brand von mir. Ich kann ruhig ein bisschen brennen. Du musst dich jetzt nicht verhalten. Ich dachte schon, als es angefangen hat, der scheiß Flugzeugträger kann ich überhaupt nichts machen, weil er die ganze Zeit bei mir geparkt hat. Zum Glück war das Team so ein schrecktes Gegner durchschauen. Ja. Er hat mich auf mich geschossen. Oh, die Zoomer. Das war ein ... ... Vor allem. Vor allem so eine Wahnwitzig manchmal. Ah, kriege ich das ohne genug? Ja. Oh ja. Ich möchte einen Kill. Der wird mir nicht vergönnt sein. Das war die Secondary, ich kann dir nichts hören, habe ich nicht unter Kontrolle. P macht meine Secondary aus, P. Du weißt das, ich weiss das, alle wissen wir. Ich kann auch die Taille abstrecken, ja. In der Welt wahrscheinlich nichts. Oh, sieht nicht schlecht aus. Missouri hat sie genutzt, das war so ein Mexican Standoff, aber beide haben gleichzeitig geschossen. Unser Sieg ist in Sicht. Also für das Smashmaking war das Spiel gar nicht mal so schlecht. Ja, stimmt eigentlich. Boah, komm schon CV, Spot doch, ja danke. Es gibt sonst kein anderes Schiff mehr. Boah, komm schon, also so ein ungenaues Schiff, links, rechts, links, rechts. Endlich. Frag mich mal. Ja schon, aber ich fand die Idee. Das war nicht mein Geist. Ja, die Charles macht das schon. Mein Kill. Maschinenboost deaktiviert. Agero fährt mit dem Torpedo rein, oder? Ja. Flugzeugträger OP, einfach OP, man sieht's. Ja, absolut. Ich bin dafür, dass wir eine Petition starten. Nerf Flugzeugträger 50%. Ja, das sieht man mal wieder, ich habe 81.000 Schaden, aber das ist nicht gut. Das reicht nicht. Das war falscher Schaden. Schaden ist nicht alles, nein. So ist es. Schaden ist nicht alles. Schaden ist nicht alles. Jogu hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, obwohl sie einen Kill gemacht hat. Und wie auch immer. Tja, Schaden ist nicht alles. Kills sind nicht alles. Achso. Schaden ist nicht alles. Achso. 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 Achso.